Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Adrenalin Bundle von T-Zone und Lil Rain. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundleinhalt, so wie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Adrenalin von T-Zone und Lil Rain. Die EP am 7. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wir haben hier ein Bundle bestehend aus der EP an sich. Dann haben wir weiter dabei ein Armband, eine unterschriebene Autogrammkarte, diverse Sticker, 5x, ebenso dieser hier 5x und ein Shirt. So, wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit der EP an sich. So sieht hier aus. Das Cover hier recht bunt in schwarz-lila-blau. Adrenalin lesen wir hier in der Mitte, wobei das N so ein Häkchen hier unten dran hat, wie so ein Blitz, so ein Stachel. Dann lesen wir hier die beiden Interpreten T-Zone und Lil Rain. Blauer Rahmen, ansonsten ja, sieht so ein bisschen kryptisch aus hier mit diesen lilanen Strukturen. Auf der Seite Adrenalin und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 5 Tracks inklusive 3 Bonus-Tracks, wobei die 3 Bonus-Tracks hier Akustik-Varianten sind. Wir haben bei diesen Tracks ein Feature mit dabei und zwar bei Track Nummer 2 Adrenalin mit KF. Ja, Barcode oder Label und so weiter ist hier nicht drauf. Das Ganze gab es exklusiv über den Online-Shop und nicht regulär im Handel. Dann haben wir hier nochmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer hat hier den Text, den Beat und das Mastering beigesteuert. Und das ist dann die CD. Die CD in schwarz und weiß. Rückseite hier in schwarz. Und das Ganze kommt in einem Digi-Pack. So, das war die EP. Dann haben wir mit dabei Sticker. Und zwar zwei verschiedene Sticker-Varianten. Wir haben hier einmal den hier. Insgesamt 5 Mal. Der kommt hier oval. Also den kann man hier dann aus dieser Form rauslösen. Und wir haben hier einmal, sieht von der Darstellung her, so eine Pille. Links, weiß, rechts, rot. Auf der linken Seite haben wir scheinbar die chemische Formel von Adrenalin. Und auf der rechten Seite dann nochmal den EP-Titel plus die beiden Interpreten. Jawohl. Fünf Mal, oval. Und dann haben wir fünf Mal diesen hier. Rechteckig. Also es ist mehr so ein Streifen. Und hier haben wir auch nochmal klassisch den Titel der EP und die beiden Interpreten. Das Ganze hier in schwarz und rot. So, als nächstes haben wir eine Autogrammkarte. Hier haben die beiden Herrschaften unterschrieben. Links Lil Rain und rechts T-Zone. Sind hier beide in der Hocke abgebildet. Rückseite blank weiß. Okay. Ein Bändchen. Ein Armband. Es ist wie so ein klassisches Festival-Bändchen. Auch hier lesen wir wieder Adrenalin T-Zone Lil Rain. Ja, ihr kennt das. Einfach reinschlüpfen und dann mit Hilfe dieses Plastikteils hier die Größe entsprechend anpassen an euer Handgelenk. Und als letzten Wandlinhalt haben wir hier mit dabei ein Shirt. Und zwar ist dieses Shirt in schwarz. Und dann haben wir hier im Brustbereich den roten Adrenalin Schriftzug. Auf der Rückseite, die mir ehrlich gesagt gut gefällt. Also das, falls man auf die Rückseite verzichtet hätte, hätte ich auch vorne besser gefunden dieses Ping-Design. Hier haben wir dann wieder diese Summenformel. Also diese chemische Formel. Und rechts dann wieder das Klassische zu EP und Interpreten. Und was lesen wir hier noch? Adrenalin is a hormone secreted by the adrenal glands that decreases rates of blood circulation, breathing and carbohydrate metabolism and prepares muscle for exertion. Okay. Ja, also das ist so eine englische Definition, was Adrenalin genau ist. Also das ist eben ein Hormon ist und was es so für Funktionen und Aufgaben im menschlichen Körper erfüllt. Das nur zur Info. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Gildan Soft Style in der Größe M. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Zur Größe gibt es folgendes zu sagen. Nachdem das Ganze ja im Webshop zu bestellen war, konnte man sich das Shirt in seiner Größe auswählen. Ich glaube von S bis XXL war da glaube ich alles möglich. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Ja, dementsprechend Größe frei wählbar. Gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Wandel befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt hier. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann haben wir die Autogrammkarte hier im Querformat. Beide Jungs haben wir unterschrieben. Der Adrenalin Sticker hier im Querformat fünfmal vorhanden. Dann hier dieser ovale Pillen Sticker, auch fünfmal vorhanden. Das Bändchen hier in schwarz und rot. So wie natürlich die EP an sich im Digipack. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Adrenalin von T-Zone und Lil Rain. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP beziehungsweise dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr T-Zone und Lil Rain unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.